Corona scheint zumindest an den Börsen den Schrecken verloren zu haben. Die Kurse gehen weiter nach oben, trotz des schleppenden Impfstarts, vor allen Dingen in Deutschland und auch der Mutationen. Im Fokus stehen jedoch weiterhin die Aktien der Impfstoffanbieter. Fragen dazu nun an den promovierten Molekularbiologen und Fondsmanager Dr. Andreas Bischof, er ist Geschäftsführer der NovaFans GmbH. Einen schönen guten Tag nach München. Guten Tag, Herr Franek. Ja, die Mutanten kommen, könnte man sagen, wenn die Situation nicht so ernst wäre. Müssen wir vor den neuen Virusstämmen noch mehr Angst haben als vor dem bisher verbreiteten Stamm? Ja, Herr Franek, leider ist das so, zumindest solange wir noch nicht geimpft sind. Die neuen Virusstämme sind infektiöser und können sich dadurch leichter verbreiten. Interessanterweise wäre es vorteilhafter, wenn diese neuen Stämme tödlicher wären, denn dann diese Tödlichkeit, diese erhöhte Tödlichkeit würde ihre Verbreitung in der Bevölkerung eindämmen. Denn sie haben dann weniger Zeit und Gelegenheit von einem infizierten Menschen auf einen nicht infizierten Menschen überzuspringen und diesen anzustecken. Insofern wäre das makabrerweise vorteilhafter, wenn diese neuen Mutanten tödlicher wären. Sie sind es aber nicht. Glauben Sie denn, dass der neue Impfstoff von BioNTech und Pfizer vor den Mutationen ebenso schützen kann? Ja, da bin ich sehr zuversichtlich. Der Grund dafür ist, dass der Impfstoff von BioNTech und Pfizer dem Immunsystem das gesamte Spike-Protein des Coronavirus präsentiert und nicht nur ein Teil davon. Dadurch kann das Immunsystem auf diesem Spike-Protein des Virus sehr viele Ansatzstellen identifizieren und sich dagegen richten, um eine Immunantwort aufzubauen. Das geht sehr viel besser, als wenn ihm nur ein Bruchstück des Spike-Proteins des Coronavirus im Impfstoff präsentiert würde. Insofern müssen die Virusvarianten, wenn der Impfstoff nicht mehr wirken sollte, alle diese Ansatzstellen auf dem Spike-Protein des Coronavirus verändert haben, damit der Impfstoff gar nicht mehr wirkt. Das ist zwar nicht völlig unmöglich, dass sich alle diese Ansatzstellen gleichzeitig verändern, aber es ist eben nicht sehr wahrscheinlich. Von daher gehe ich davon aus, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff auch zumindest gegen diese beiden Mutanten wirkt. Viele warten sehnsüchtig auf den Impfstoff, Herr Dr. Bischof, vor allen Dingen hier in Deutschland, wo, ich habe es eingangs erwähnt, die Verimpfung sehr schleppend begonnen hat. Die Amerikaner, die Israelis sind da schneller und weiter. Es gibt Impfgegner, es gibt Impfbefürworter. Wenn ich diese persönliche Frage stellen darf, zu welcher Gruppe gehören Sie? Ich gehöre ganz klar zu den Impfbefürwortern. Ich lasse mich impfen, besser heute als morgen. Zwar existieren zu dieser neuen Vakzine noch keine Langzeiterfahrungen und noch keine Erfahrungen mit eventuellen möglichen Spätfolgen, doch Befürchtungen, dass die RNA des Impfstoffs in die DNA des Menschen, des geimpften Menschen integrieren könnte, sind unbegründet. Denn der menschliche Körper hat gar nicht die biochemische Maschinerie, um diese RNA in DNA zu überschreiben und in den eigenen Zellkernen, die eigene DNA, in die eigenen Chromosomen zu integrieren. Insofern überwiegen aus meiner Sicht die gesundheitlichen Vorteile einer Impfung ganz klar die gesundheitlichen Gefahren einer Nicht-Impfung. Wir befinden uns aktuell in der zweiten Welle der Pandemie und die Staaten schlagen sich ganz unterschiedlich gegen denselben Gegner, nämlich gegen das Coronavirus. Welche Länder, Herr Dr. Bischof, gehören zu den Gewinnern? Welche zu den Verlierern? Und vor allen Dingen, wo steht Deutschland da? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Zu den Verlierern gehören ganz eindeutig Großbritannien und die USA. Die USA beispielsweise haben über 20 Prozent der Corona-Toten weltweit zu beklagen, obwohl sie nur 5 Prozent der Weltbevölkerung stellen. Das ist ein Armutszeugnis, das seinesgleichen sucht, vor allen Dingen, wo wir hier über eines der reichsten Länder der Welt sprechen. Im Gegensatz dazu schlagen sich Länder wie Neuseeland, Australien, Taiwan, Südkorea und auch China sehr gut, die sich im Gegensatz zu Deutschland der zweiten Welle zu einem harten Lockdown entschlossen haben. Dieser harte Lockdown hat nicht nur Menschenleben gerettet, er dauerte auch sehr viel kürzer an und hat die Wirtschaft weniger in Mitleidenschaft gezogen. Stattdessen führen in Deutschland 16 Provinzfürsten und Fürstinnen ein Kasperle-Theater auf, das an Dilettantismus kaum zu überbieten ist. Dabei hätte man es besser wissen können. Denn schon in der Spanischen Grippe, in der Epidemie der Spanischen Grippe 1918 bis 1920, haben unterschiedliche Städte und Länder sehr unterschiedlich auf die damalige Virus-Pandemie reagiert. Teilweise mit harten, kurzen Lockdowns, teilweise mit längeren, sanften Lockdowns. Und die Erfahrungen der Grippe, der Virus-Epidemie von damals, haben ganz klar gezeigt, dass man am besten Menschenleben schützt, indem man deutliche Kontaktsperren, drastische, strikte Kontaktsperren verhängt und die Wirtschaft am wenigsten schrumpft und am ehesten wieder auf die Beine kommt, wenn der Lockdown hard and fast ist. Davon ist in Deutschland leider keine Spur. Es ist sehr bedauerlich, denn dadurch wurden unnötig Menschenleben gefährdet und die Wirtschaftskraft geschwächt. Abschließend, Herr Dr. Bischof, vielleicht noch der Blick in die USA. Dort ist Joe Biden vor wenigen Tagen als neuer Präsident vereidigt worden. Wie stellen Sie Ihren Gesundheitsaktienfonds vor diesem Hintergrund auf? Angesichts der politischen Situation in den USA immerhin sind die Vereinigten Staaten ja der größte Gesundheitsmarkt der Welt. Sie haben recht, Herr Franek. Aber die neue Administration hat erst einmal wichtigere Aufgaben als sich um die Reform des Gesundheitssystems zu kümmern. Diese wichtige Aufgabe heißt natürlich, die Coronavirus-Pandemie in den Griff zu bekommen. Und das wird die Administration sicherlich noch das gesamte Jahr 2021 über beschäftigen. Erst danach kann die Reformagenda von Präsident Joe Biden und Kamala Harris angegangen werden. Aber dort kann es und wird es nicht zu revolutionären Umwälzungen, Veränderungen kommen. Es wird eher zu schrittweisen, evolutionären Veränderungen kommen. Denn im Gesundheitssystem in den USA sind über 300 Millionen Menschen versichert. 20 Millionen sind es noch nicht. Die müssen noch irgendwie versichert werden. Das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe für die neue Administration. Aber diese Gesundheitsversorgung der über 300 Millionen Menschen muss natürlich unterbrechungsfrei weiter funktionieren. Zum anderen kommt hinzu, dass über mehrere Millionen Menschen im amerikanischen Gesundheitssystem arbeiten. Und aus diesen beiden Gründen ist es einfach nicht möglich, da von heute auf morgen ein völlig neues System auf die Beine zu stellen, von der Komplexität einer solchen radikalen Systemumstellung mal ganz zu schweigen. Sondern es muss ganz einfach über einen langjährigen, langjährigen, mehrjährigen Prozess laufen, der Schritt für Schritt das System umgestaltet. Sicherlich in eine Richtung, in der mehr Amerikaner möglichst alle eine Krankenversicherung haben, so wie es in Europa beispielsweise ja auch gang und gäbe ist. Der Blick auf die aktuelle Corona-Lage, auf die Situation bei den Impfstoffen und abschließend auf den Gesundheitsmarkt USA von und mit Dr. Andreas Bischof. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.